Hallo zusammen, ihr erinnert euch bestimmt an dieses Video von mir, das habe ich vor zweieinhalb Wochen gedreht, vierjähriges muslimisches Mädchen, angeblich in Kita, in Koblenz war das, vergewaltigt. Da gab es eine große Empörungswelle, nachdem die Mutter, die ihr hier seht, ein Video auf Arabisch gemacht hatte, in dem sie über die Details dieses angeblichen Missbrauchs berichtet hatte. Und es haben einige Influencer auch sehr große Anschuldigungen gegen Behörden, Staatsanwaltschaft und Polizei erhoben. Und deswegen habe ich ein Video darüber gemacht, um darauf hinzuweisen, dass diese Anschuldigungen und diese heftigen Emotionen gegen die Behörden in diesem Fall nicht angemessen sind. Es gibt keine anderen Belege für die Tat, außer die Aussage der Mutter. Und es gab ausführliche Ermittlungen, die nach Aussagen der Staatsanwaltschaft zum gegenteiligen Ergebnis gekommen sind. Und es gab auch einige Unstimmigkeiten in der konkreten Darstellung. Ich habe einfach darauf hingewiesen, wir sollten nicht einfach so emotional urteilen und sofort gegen den Staat urteilen, sondern wir sollten uns erstmal zurückhalten und sagen, ich kann das nicht einschätzen, wie das hier ist. Wenn ich reinschaue in die Details, dann sieht es vielleicht sogar ein bisschen anders aus. Und für dieses Video wurde ich von den Zuschauern auch ziemlich hart kritisiert von bezahlt von Kita oder bezahlt von der Staatsanwaltschaft und alle möglichen Aussagen, die ich da lesen durfte. Viele Zuschauer waren da nicht ganz einverstanden mit, dass ich mich nicht auf die Seite der Mutter gestellt habe. Aber wenn man objektiv und wahrheitsgetreu an die Sache rangeht, muss man das einfach so tun und sich einfach nur die Fakten anschauen. Aber worum geht es in diesem Video? In diesem Video geht es darum, dass einige Medien über die Berichterstattung einiger YouTuber eigene Berichte gemacht haben. Und es geht los mit der Rhein-Zeitung. Die Rhein-Zeitung hat folgenden Artikel veröffentlicht. Von Frau Gisela Kirschstein. Die Brandstifter. Die Gerüchte um den angeblichen Missbrauch an einer Koblenzer Kita beruhigen sich nicht. Wer steckt dahinter? Okay. Die Brandstifter. Es geht darum, sie zitiert die Experten-Islamismus-Analystin. Hier, wie heißt sie? Sigrid Hermann-Marschall und Tobias Hoch, der angeblich ein Nahost-Experte sei. Und die zählen ihr auf, welche Leute denn in Social Media von den Muslimen oder von anderen über diesen Fall berichtet hätten. Und die Stimmung machen würden gegen den Staat. Die Brandstifter seien, wie es in dem Titel heißt. Die hetzen die Muslime auf gegen Staat, gegen Behörden. Sie wollen ein Klima des Misstrauens gegen den Staat schaffen. Und so weiter und so weiter. Also harsche Kritik an diesen YouTubern. Und interessanterweise, völlig ohne, für mich erstmal völlig faszinierend, stand da plötzlich in dieser Liste der YouTuber auch mein Name. Am Mittwoch griff dann auch noch Hossein Özoguz auf seinem YouTube-Kanal unter dem Pseudonym Aktuarium das Thema der angeblichen Vergewaltigung auf. Also Aktuarium ist nicht mein Pseudonym, so heißt einfach nur dieser Kanal. Hossein ist Hermann-Marschall zufolge der Sohn eines der beiden Özoguz-Brüder, die seit 20 Jahren den Muslimmarkt betreiben. Eine Plattform, die iranische Staatspropaganda betreibe, vom Verfassungsschluss beobachtet werde. Es wären schiitische Fundamentalisten, iranische Staatsregime, fundamentalistische islamistische Propaganda, bliblablub. Diese Akteure, also die vorgenannten Akteure, einer von denen, der letztgenannte war ich, des Spektrums, finden sich zum Thema zusammen und äußern sich dazu. Und das sieht die Expertin, die in NRW lebt, also diese Frau Marschall, Hermann Marschall mit großer Sorge. Meiner Einschätzung nach geht es überhaupt nicht um das Kind und die Interessen der Eltern. Das Thema werde lediglich als willkommener Anlass genutzt, die identitäre nationalistische Schiene zu bedienen. Das Ziel von uns, also von diesen YouTubern, die vorgenannt wurden, das Ziel ist ein Angriff auf die staatlichen Strukturen und auf unsere freiheitliche Grundordnung. Sagt auch Huch, dieser Tobias Huch, das ist ihr zweiter Experte, die die Journalistin, Frau Kirschstein, die den Artikel geschrieben hat, zitiert. Dann, Hermann Marschall sieht das auch so. Das sind alles langjährige Akteure, die muslimisch identitär denken, die wollen, dass sich die Muslime nicht integrieren, sondern sich abschotten. Wir haben das Video gedreht und ich habe das Video auch gedreht als einer von denen, damit Muslime sich abschotten. Der Bürger solle zuerst Muslim bleiben und erst dann zweitrangig deutscher Staatsbürger. Es gehe darum, die Macht über diese Gruppen zu behalten. Die Nationalisten wollen nach dem Mord an dem Lehrer ein Gegengewicht schaffen. Meine Analyse ist, hier soll eine mögliche Solidarisierung mit den Nichtmuslimen vorgebeugt werden, also schafft man ein identitäres Gegengewicht der Empörung. Das Schicksal eines kleinen Mädchens komme da gerade recht, um Emotionen zu schüren. Geschrieben von Gisela Kirschstein. Und da war ich ziemlich schockiert, weil ich hatte ja ein Video gemacht, welches gerade Objektivierung und Nicht-Emotionalisierung zum Ziel hatte. Und ich habe ja gesagt, all die Dinge, die ihr in dem Video eben gehört habt, wenn nicht, schaut es euch nochmal an. Und dafür wurde ich auch teilweise ein bisschen harsch kritisiert. Und jetzt kommt also diese Frau Kirschstein und schreibt in der Rhein-Zeitung, einer von diesen, die gegen den Staat aufhetzen und die Solidarisierung mit Nichtmuslimen vorbeugen wollen. Und was hatte sie noch gesagt? Es geht nicht um die Interessen der Eltern oder Kinder, sondern um nationalistisch-identitäre Schiene. All diese Dinge habe ich nur deswegen gemacht. Und da war ich total baff. Ich habe mir erst gedacht, mein erster Gedanke war, die Frau Kirschstein hat das Video nicht gesehen. Weil es ja unmöglich, dass sie mein Video gesehen haben kann, was ja exakt das Gegenteil besagt von dem, wofür sie mich hier aufzählt. Das ist nicht möglich. Die Frau hat also einfach nur die Aussage von dieser Sigrid Hermann-Marschall völlig unreflektiert und ungeprüft übernommen. So habe ich vermutet. Was habe ich gemacht? Ihr kennt mich. Ich habe sie einfach angerufen. Ich habe sie angerufen und sie gefragt. Ich gehe mal davon aus, Frau Kirschstein, dass Sie mein Video nicht gesehen haben. Daraufhin antwortete sie doch, doch, das habe ich sehr wohl gesehen und ich habe es sogar dreimal gesehen. Und ich höre es sogar noch im Ohr. Ich habe es noch im Ohr. Dann war ich ganz schockiert und meinte, was? Sie haben wirklich mein Video gesehen? Sogar dreimal gesehen? Und dann schreiben Sie, dass ich zu denen gehöre, die die Brandstifter sind. Ja, das ist der Titel Ihres Artikels. Brandstifter gegen den Staat. Wie können Sie mein Video dreimal gesehen haben und dann noch behaupten, ich wäre einer der Breitstifter? Und dann meinte sie in der Telefonat zu mir, ja, sie hätte sehr wohl gehört, dass ich andere Influencer, die ein bisschen heftig emotionalisiert haben und die auch Falschaussagen verbreitet haben, dass ich die kritisiert hätte und sie hätte auch gehört, dass ich die Aussagen der Staatsanwaltschaft gebracht hätte, aber sie hätte ein bisschen genauer hinhören müssen, aber das kann sie ja sehr gut, meinte die Frau Kirschstein. Und da hätte sie gehört, wie ich mich eindeutig auf die Seite der Mutter stelle und mir diesen Missbrauch als Fakt zu eigen machen würde. Und da habe ich sie gefragt, womit? Können Sie mir eine Aussage nennen? Können Sie mir irgendwas zitieren, wie sie auf diese völlig skurrile Behauptung kommt? Und dann meinte sie, nein, kann ich nicht, ich kann das ja jetzt nicht auswenden, ich habe jetzt auch keine Zeit, das ausführlich für sie so zu sezieren. Okay, da war ich wirklich ziemlich baff, weil ich hatte nicht diese Dreistigkeit erwartet, dass jemand dreimal mein Video schaut und dann trotzdem sagt, ich gehöre zu den Brandstiftern. Und dann habe ich noch gesagt, Moment mal, Frau Kirschstein, ich habe doch genau das Gegenteil gesagt. Also ich kann doch in diesem Fall, Achtung, das war jetzt ein Zitat von mir, in diesem Fall kann ich ja wohl auf keinen Fall gegen den Staat gehetzt haben durch mein Video. Und dann kam ihre Antwort. Ihre Antwort lautete, ja, in diesem Fall vielleicht nicht, aber in anderen Fällen. Und dann, wie in anderen Fällen, geht es jetzt überhaupt noch um den angeblichen Missbrauch in Koblenz oder geht es um was ganz anderes? Ja, Ihre Aktivitäten von Ihrer Familie wären ja wohl bekannt, Ihre Familie wäre ja auch mal im Verfassungsschutz erwähnt worden, das wäre alles gut dokumentiert. Ja, und? Nur weil meine Familie mal im Verfassungsschutz erwähnt wurde, dürfen Sie also über ein Video lügen oder was ist Ihre Logik? Und dann meinte sie natürlich, nein, sie lügt überhaupt nicht und sie würde mein Video, was ich jetzt mache, also dieses Video, würde sie ganz genau anschauen, dann hat sie mir, glaube ich, dreimal hintereinander am Schluss des Gesprächs noch mit dem Anwalt gedroht. Okay, und dann war das, weiß ich nicht, 10-minütige Telefonat beendet. Ich war wirklich so gutgläubig und habe gedacht, diese Journalistin wurde einfach reingelegt. Aber nein, sie sagt, sie hat es dreimal geschaut und ist dann noch so dreist, wirklich so unverschämt und sagt, ich gehöre zu den Brandstiftern. Nachdem ich in meinem Video exakt das Gegenteil von dem gemacht habe, was mir hier ausführlich zusammen mit anderen vorgeworfen wird, von den beiden Experten, die sie zitiert, also diese Hermann Marschall und der Tobias Huch. Das war schon mal sehr faszinierend. Sie hat also gesagt, nein, sie steht hundertprozentig zu all dem, was sie gesagt hat. Jeder Satz ist belegt, alles ist perfekt. Sie ist auch eine sehr gute Journalistin, natürlich, die alles, die nicht über ein Video schreiben würde, was sie nicht selber genau geprüft hätte. Also haltet das einfach mal für euch fest, wenn eine Journalistin in der Rhein-Zeitung oder vielleicht auch in anderen Zeitungen zusammen mit angeblichen Experten über etwas spricht und behauptet hier, der gehört dazu und der gehört zu den Brandstiftern und der hetzt gegen den Staat und der versucht den Fall auszunutzen, um Muslime oder irgendwelche anderen Gruppen aufzuhetzen. Dann habt ihr ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Und sogar, wenn man sie persönlich damit konfrontiert, sind sie noch so dreist zu sagen, ja, das ist so. Achso, dann hat sie übrigens noch gesagt, ja, sie haben nicht eindeutig gesagt, dass das alles Unsinn ist, was die Mutter erzählt. Da meinte ich, ja, wieso sollte ich auch sagen, dass das alles Unsinn ist? Ich weiß doch gar nicht, ob das Unsinn ist. Ich kann nur sagen, was die Mutter gesagt hat, was die Staatsanwaltschaft ermittelt hat. Diese Fakten kann ich darstellen, aber ich kann doch nicht einfach so behaupten, ja, die Mutter lügt. So hat sie es anscheinend gefordert. Und das war ihre Begründung dafür, warum sie mich bei den Brandstiftern auflistet. Eine sehr verquere Art, wie diese Leute Journalismus betreiben. Ja, die Rheinzeitung selbst hat das auch nicht korrigiert. Diesen Artikel könnt ihr immer noch sehen. Diese Verleumdung steht da immer noch. Obwohl man mein Video natürlich auch sehen kann, könnt ihr ja selber vergleichen, wenn ihr mein Video noch nicht gesehen habt. Kommen wir zu Teil 2 nach dieser ersten Unverschämtheit. Das ist nämlich ein Radiointerview mit der gleichen Frau-Expertin, der Sigrid Hermann-Marschall, Islamismus-Expertin. Ziel ist es, die Muslime gegen dieses Land aufzubringen. Ein Radiointerview im SWR 1 Rheinland-Pfalz, Koblenz. Nee, SWR 1 in Rheinland-Pfalz. So. Und da gibt es ein Radiointerview irgendeiner Journalistin vom SWR 1. Man weiß nicht mit welcher. Vielleicht war es dieselbe wie von der Rheinzeitung. Weiß ich nicht. Und da komme ich auch vor. Und diesmal sogar noch ein bisschen ausführlicher und noch ein Tick dreister. Wir schauen uns das hier an. Es hat einen Grund, warum ich euch das hier ohne Design zeige. Weil im Original ist es jetzt nicht mehr da. Aber dazu kommen wir gleich. Also SWR 1 fragt. Frau Hermann-Marschall, Sie sagen hinter diesem Vorwurf, Polizei und Staatsanwaltschaft würden in diesem angeblichen Missbrauchsfall nicht aufklären, würde ein System stecken. Welches System? Frau Hermann-Marschall antwortet. Diese Aufregung, die momentan vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken kursiert, wird von bekannten Akteuren betrieben, die immer wieder für Aufregung und Empörung sorgen. Das sind Leute, die Muslime vereinheitlichen wollen, obwohl sie aus verschiedenen Richtungen kommen. Und ihr Ziel ist es, die Muslime gegen dieses Gemeinwesen oder dieses Land und seine Institutionen aufzubringen. Also die Leute, die sie jetzt nennt, das sind diese Typen, die so etwas tun. Das sind Leute, die aus dem türkei-stämmigen Spektrum kommen, AKP- oder Erdogan-Aktivisten. Aber das sind auch Leute wie iranische Extremisten, die dann eher iranische Staatspropaganda betreiben. Iranische Extremisten. Okay, habe ich keine einzigen gesehen, ehrlich gesagt, aber was soll's. Wer genau, fragt jetzt SWR 1, wer genau steckt da hinter diesem System? Welche Gruppen sind da die Strippenzieher? Dann antwortet Hermann-Marschall, ich habe jetzt vor allem Bilgil Uratman gesehen und ich habe auch bei Hussein Özoguz das beobachtet, der die iranischen Personen und Muslime angesprochen hat. Also, bevor wir jetzt in den Inhalt kommen, ich bin kein iranischer Extremist, ich bin nicht mal Iraner, ich habe keinen iranischen Verwandten und ich habe auch keinen iranischstämmigen Leute angesprochen. Ich weiß nicht, was diese Expertin sich so denkt. Fast alle meine Zuschauer sind sowieso deutschsprachig und Migrationshintergrund haben sie aus der Türkei oder aus arabischen Ländern. Einen Iraner gibt es vielleicht auch unter meinen Zuschauern, aber es sind sehr wenige. Keine Ahnung, was sie sich da aus den Fingern saugt und warum sie das tut. Das spielt hier auch gar keine Rolle eigentlich. Das waren jetzt nur zwei Beispiele. So hat jeder seine Gruppe oder Anhänger, die er anspricht und das wird allgemein auf diesen Kanälen bespielt. Sie ziehen alle an einem Strang, nämlich diese unbewiesenen und falschen Behauptungen. Also die falsche Behauptung, dass die Staatsanwaltschaft das vertuschen würde, diesen Missbrauchsskandal vertuschen würde. Obwohl man mittlerweile wissen kann, dass das falsch ist, trotzdem zu bespielen, um die eigene Gruppe fehl zu informieren, aber gleichzeitig die Deutungshoheit zu behalten. Also ich will fehl informieren und Deutungsmacht behalten. Okay, das geht in das Verschwörungstheoretische hinein. Wie groß schätzen Sie die Gruppen und vor allem deren Einfluss? Ja, das ist schon erheblicher Einfluss, sagt Frau Hermann Marschall, auf die Türkei und die iranischstämmigen Personen, die ich da beobachte. Okay, schön. Es ist allgemein häufig ein Misstrauen gegen deutsche Institutionen und Behörden. Es werden Teilwahrheiten aufgegriffen und vermischt, weil es ja auch schon schlimme Missbrauchsskandale gab. Jetzt fragt es wer eins weiter. Was wollen die denn mit der Hetze erreichen? Antwort, es geht vor allen Dingen um Deutungshoheit und darum, dass diese Personen sich eigentlich immer ein bisschen fremd und unwohl fühlen. Sie wollen sich nicht integrieren, sondern vor allem Türke oder Iraner oder Muslimle bleiben und erst dann deutsche Bürger. Ja, das, was sie eben in der Rheinzeitung auch schon erzählt hat. Viele haben ja die deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist ja auch ganz wunderbar. Das ist aber nett von der Frau Hermann Marschall, dass sie irgendwelchen türkisch- oder iranischstämmigen, die es gar nicht gibt in diesem ganzen Teil, dass sie denen die deutsche Staatsbürgerschaft zuerkennt, weil das ja auch ganz wunderbar ist. Na gut. Das Ziel dieser Aktivisten und Extremisten ist, dass sie die Deutungshoheit behalten. Das sagt sie jetzt zum vierten Mal hintereinander. Also, dass Muslime sich nicht integrieren und sich nicht als Bürger sehen, sondern als Muslime. Okay. Also, ich wurde hier wieder genannt mit genau den gleichen Vorwürfen. Will Muslime aufhetzen, Misstrauen schaffen, Muslime irgendwie aus irgendwelchen Gründen iranischstämmige. Keine Ahnung, warum sie das immer wieder sagt. Stimmt in meinem Kanal ja überhaupt nicht. Und dann gegen die Behörden, wie gesagt, gegen die Behörden treiben und so weiter und so fort. Exakt wieder das Gegenteil von dem, was ich in meinem Video tatsächlich gemacht habe. Wenn man jetzt aber den Link schaut im SWR 1 von diesem Interview, dann werdet ihr sehen, es ist deutlich kürzer als das, was ich gesagt habe. Diese Aufzählung der Leute, insbesondere auch mein Name, die da als diese Extremisten genannt werden, diese gemeinen, bösen YouTuber, die den Fall ausnutzen, um gegen den Staat zu hetzen, die ist hier verschwunden. Die war drinnen, ist aber jetzt weg. Warum? Ich habe nämlich dem SWR 1 eine E-Mail geschickt und mich beschwert. Ich habe mich einfach beschwert. Hier sehen Sie mein Originalvideo. Schauen Sie sich doch an. Es ist exakt das Gegenteil dessen, was Ihre Islamismusexpertin, man kann echt nur die Anführungszeichen betonen bei dieser Frau, behauptet hat. SWR 1 hat nicht reagiert. Keine Antwort, nichts. Zwei Tage später habe ich wieder eine Mail geschickt. Wieder keine Antwort bekommen. Und dann habe ich der Hauptzentrale SWR selbst eine E-Mail geschickt. Die haben das weitergeleitet und erst dann bekam ich vom Programmchef vom SWR 1 eine Antwort. Es tue ihm furchtbar leid. Die beiden ersten Mails wären im Spamordner gelandet. Aber jetzt würde er sich das Falls annehmen und das anschauen. Und tatsächlich, einen Tag später hat er sich auch gemeldet mit einer Mail und hat gesagt, er würde festhalten, also ich hatte auch um Richtigstellung gebeten. Nicht nur darum, dass es gelöscht wird, sondern dass natürlich auch korrigiert und richtiggestellt wird, dass es nicht stimmt, dass es das Gegenteil ist und mein Video etwas völlig anderes ausgesagt hat. Dann hat er sich gemeldet und gesagt, er würde erst einmal festhalten, dass das ja nicht die Aussage des SWR 1 gewesen wäre, sondern von der Hermann Marschall im Interview. Das heißt, der SWR 1 wäre ja außen vor, es wäre ja ein reines Interview gewesen. Eine Notwendigkeit zur Richtigstellung sehe er daher nicht, denn diese Expertin hätte ja eine Analyse durchgeführt, wie er schrieb, und hätte dann eine wohlberechtigte Meinungsäußerung gemacht. Das ist natürlich keine berechtigte Meinungsäußerung, wenn man einfach das Gegenteil behauptet von dem, was jeder im Video selber nachschauen kann und das dann über die Öffentlich-Rechtlichen verbreitet. Daran ist nichts berechtigt. Das ist keine Meinungsäußerung, das ist auch keine Analyse. Dass ein Programmchef so leichtsinnig mit dem Wort Analyse umgeht im journalistischen Kontext, macht einen auch wirklich stutzig. Okay, dann hat er gesagt, eine Richtigstellung vom SWR braucht man deswegen nicht, ist nicht angemessen, es wäre alles Meinungsfreiheit gedeckt, aber ihm ist aufgefallen, dass die Audiodatei, die es hier gibt, die im Radio ausgestrahlt wurde, dass die ja ohnehin das gekürzte Interview war und gar nicht mit der langen Version des Textes übereinstimmt, in der mein Name genannt wurde und ich beschuldigt wurde mit meinem Kanal und deswegen, nur aus journalistisch-redaktionellen Gründen, nicht wegen irgendwelcher inhaltlichen Beurteilungen, hätte er angewiesen, den Textteil mit der Verleumdung über mich, das sagt er nicht, das sage ich, mit der Verleumdung über mich zu löschen. Mit freundlichen Grüßen, Programmchef SWR1. Habe ich ihm auch zurückgeschrieben und gesagt, schön, dass sie so eine gesichtswahrende Methode gefunden haben, also in meiner Interpretation, sage ich euch ganz ehrlich, das hat er natürlich nicht geschrieben, aber in meiner Interpretation war das, sie haben gemerkt, was sie für einen Unsinn geschrieben haben, dass sie einfach so mich verleumdet haben mit diesem Interview und dann haben sie sich überlegt, wie kommen wir da raus, irgendwie gesichtswahrend, dann haben sie natürlich gesagt, ja, wir brauchen das nicht richtig stellen und das ist nur Meinungsäußerung und Analyse, aber wir löschen es trotzdem aus journalistisch-redaktionellen Gründen, weil es nicht mit der Tonaufnahme übereinstimmt, weil die Tonaufnahme ja sowieso schon gekürzt war. Das war ihre gesichtswahrende Methode, aber ich habe ihm auch gesagt, nein, das stimmt nicht, ihr müsst es trotzdem richtig stellen. Ihr könnt euch nicht einfach hinter einem Interviewpartner verstecken, wenn der eine Verleumdung ausspricht, eine Falschaussage, die ja auch wirklich negativ und sehr böswillig ist, diese Behauptung, die jeder überprüfen kann, dann müsst ihr das richtig stellen, selbstverständlich. Was der Programmchef offenbar anders sieht. Warum habe ich dieses Video gemacht? Mit der Rhein-Zeitung, dem Telefonat und meinem Austausch mit dem SWR. An sich habe ich ziemlich lange überlegt, ob ich dieses Video überhaupt machen soll. Deswegen habe ich es ja jetzt erst gemacht. Ist ja schon eine Weile her der Fall. Denn wenn man persönlich betroffen ist, wenn man persönlich verleumdet wird, dann kann es schnell passieren, dass man die Dinge falsch einschätzt, überbewertet und dass dann vielleicht auch Ego-Gedanken aufkommen. Deswegen sollte man das Ganze ruhen lassen, ein paar Nächte drüber schlafen, ob man wirklich ein Video darüber machen möchte, ob das überhaupt wichtig ist. Weil es geht letztlich nur um meinen Kanal und mich ist doch nicht wirklich dramatisch. Aber ich habe dieses Video jetzt trotzdem gemacht. Aus dem einfachen Grund, weil dieser kleine Fall hier ein Beweis dafür ist, dass dieses Wort Lügenpresse, was ja die Rechten ganz oft benutzen, leider durchaus berechtigt ist. Ja, wir haben es in der Rhein-Zeitung gesehen, die Frau besteht sogar darauf. Obwohl es offenkundig nicht wahr ist und eine Verleumdung ist, die Frau besteht darauf, dass das so wäre, weil sie es irgendwie genauer hingehört, gehört hätte. Was überhaupt keinen Sinn ergab und sie konnte ja auch kein einziges Zitat bringen aus dem Video. Und hier auch öffentlich-rechtliche, SWR 1. Sie löschen es dann, um gesichtswahrend, aus irgendwelchen journalistischen Gründen. Sie sagen aber nicht mal, sie entschuldigen sich nicht mal für diese üble Verleumdung. Das ist eine üble Verleumdung. Sie entschuldigen sich nicht dafür und sie sagen sogar, sie wollen es nicht richtig stellen und sie hätten es nicht nötig. Wenn ihr also in Zukunft, irgendwo, entweder in privaten Medien, Zeitungen oder halt in bekannten öffentlich-rechtlichen, beispielsweise lest, der Nazi sowieso hat in seinem YouTube-Kanal gegen Flüchtlinge gehetzt. Er benutzt dafür die übliche Masche sowieso und damit hetzen Nazis normalerweise gegen Flüchtlinge. Und dann tritt dort ein Experte auf, ein Nationalsozialismus-Experte Deutschlands, sagen wir mal. Ja, so ein Nazi-Experte hier, moderne rechte Experte. Und es kommt der Name eines rechten YouTubers vor, den sie als Nazi bezeichnen, den ihr noch nie gehört habt. Dann würdet ihr doch normalerweise sagen, ja, okay, ist wohl so, ne? Ist doch normal. Ein rechter YouTuber hetzt gegen Flüchtlinge, sagen wir mal, gegen Ausländer. Ist ja logisch. Und hier haben wir auch einen Experten, der hat das eindeutig dokumentiert. Im Interview glaube ich einfach mal. Auch wenn ich den Fall nicht recherchiert habe und keinerlei dieser Namen kenne. Ich würde es einfach mal glauben. Und genau das, genau das ist falsch. Nur weil jemand beschuldigt wird und es irgendwie plausibel scheint, könnt ihr das nicht glauben. Weder privat noch öffentlich-rechtlich. Es könnte komplett gelogen sein. Und dieser sogenannte Nazi könnte in seinem Video exakt das Gegenteil gesagt haben von dem, was Öffentlich-Rechtliche in einem Interview mit Experten behaupten. Das ist eine Lehre, die man sich einfach merken muss. Und wenn ihr das nächste Mal irgendwo über so etwas stolpert, dann erinnert euch an diesen Fall und ihr müsst erstmal, bevor ihr urteilt, das dann wirklich selber überprüfen und das Originalvideo der Person, die verleumdet wird, vielleicht verleumdet wird, schauen. So, freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.